jetzt wie so ein rucksack besorgen halt hier rucksack welchen über den schwarzen rucksack im großen namen großen hier schwarz groß schlotz 301 wenn man oder rucksack wenn die mich verarschen ja so müssen wir mal gucken hallo so ist immer hier kurz kommen ist gar nicht wichtig er kann ich hier reinpacken die mache ich jetzt hier oben hin wie kann ich das öffnen dann kann man das irgendwie nehmen muss das immer aber man muss immer in der hand halten ich dachte das kann ich irgendwie schiff für mehr informationen zu halten da muss ich das anders machen muss ich das mal wegpacken das kann ich auch mal wegpacken brauche ich nicht die schaufeln das packe ich mal wegbrote kommen hier runter das brauche ich da kann ich einrucks auf tasche haben aber schippen habe ich doch auch so viele wo die kann ich verwenden dann nehme ich einen rucksack auf tasche genau noch mal so so es geht die bestimmte in meinem boot und mache alles kaputt wo sind die jetzt das brauche ich mal fackeln mache ich ein kappelston wand oder nicht überlege gerade oder clean stein 17 für blöcke eigentlich ja leute mal gucken wie gesagt also es ist ist gravierend und ist auch traurig ja es gibt solcher hoch stein weiß glas weiß glas weiß glas stein wenn wir stein oben machen wir probieren das mal zu brauche aber viel zeug stein 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 ja können wir rein machen ich habe was ich das alles brauche kann ich euch auch nicht sagen ich sammle es aber erstmal das lager ist voll scheiße das kann ich ja nicht jetzt kann ich ja nicht wieso geht das jetzt nicht wir müssen mal was probieren andere idee brauchen dass das sind das und dass wir heißen die schub fach schub fach schub fach schub achso schuh hä nicht doof schub fach control schub fach control ist es der hier schub fach ich schreib nicht auf die nummer das geht auch die nummer ist vielleicht einfacher nummer 500 h h was ist denn das ok wiss ich weiß es gibt 523 23 schubf control wie mache ich den diamant hab ich nicht das ist was anderes ok aber ich hab das so viele werden wir uns einfach welche lr kräften oder mal wir brauchen jetzt mal gucken finde ich jetzt hier schubfach kon überschreibt nur kontrol kontrol wenn wir das kurz probieren so das machen wir kurz probieren machen wir kurz mal weg weil eigentlich müsste das dann weitergehen ich hätte mal weil das geht so so jetzt muss ich gucken es scheint zu funktionieren und es funktioniert nicht mehr wieso funktioniert es jetzt nicht mehr war das jetzt auch schon hat es doch funktioniert so wie es hatte das weiß ich auch nicht wenn man anders wir reisen das meines ab hier das klingt aber gerade toll muss ich den auch abreißen wieso macht er das jetzt nicht ich glaube kloppt es geht es wieder los ist gefriedene hier so und jetzt irgendwie war mal zu einem das ding drauf so jetzt komisch wer war denn das jetzt leute jetzt geht's mal warten vielleicht so ist es richtig ich weiß es nicht ich kann es euch nicht sagen jetzt nicht mehr wenn man scheiße es war es falsch weil das werkzeug mann verdammt nur was anderes zum bauen hier war es so ätzend so so und jetzt wo ist die verdammte spitzhacker spitzhacker wo ist sie hier so das müsste doch das eigentlich so ja warte mal so müssen wir dann mal ab machen so das wirst du jetzt die das läuft aber falsch so das muss erst mal anders sollte man das muss so 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 so